Hallo und guten Morgen zu diesem kurzen Informationsvideo. Was ist heute Morgen 6 Uhr passiert? Ihr kennt es, die Laternenfestaufgaben haben sich geupdatet. Jetzt ist eine neue drin. Ihr müsst in die Top 25 kommen, zweimal, um dann einen Punkt zu bekommen. Sechs Punkte gibt es insgesamt, das heißt es wären zwölf Runden, die ihr absolviert. Kleiner Tipp, macht das ruhig auch am Morgen so wie ich. Das sind fast nur Bots am Start und da könnt ihr einen Hängegleiter aufmachen, euch irgendwo verstecken. Geht relativ easy, kein großer Aufwand. Aber für alle, die das Bonusziel einmal erreicht haben bis jetzt, also in den vergangenen Tagen bereits einmal komplett alles erfüllt haben. Ihr wisst ja, ich kann jetzt auch gerne nochmal reinschauen zur Erinnerung. Bei dem ersten Tag waren es 35 Kills, um das Bonusziel zu erfüllen. Das war relativ easy für alle, die da waren. Ich war nicht da, darum konnte ich das nicht machen. Gestern beispielsweise, also Tag 2, war für jede 100 verursachten Schaden bei einem Gegner einen Punkt. Da hatte ich nur eine 50. Aber alle, die das schon hatten, sollten heute unbedingt dieses Bonusziel mit der Top 25 Platzierung abgreifen, weil ihr dann das Rückenaccessoire gratis bekommt. Für alle, die das noch nicht gemacht haben, die noch kein Bonusziel im Vorfeld hatten und das hier das erste sein kann, nehmt das auf jeden Fall mit, weil das relativ easy ist. Und auch gleichzeitig eure letzte Chance, um morgen das Bonusziel nochmal freizuschalten und dieses Rückenaccessoire zu bekommen. Für das erste Bonusziel, also wenn man so einen Meilenstein über dieses Laternenfest komplett freischaltet, bekommt ihr ja dieses Cosmetics, diese Lackierung. Die bekommt ihr auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ihr braucht halt zweimal alles, um dieses Rückenaccessoire zu bekommen. Also das solltet ihr heute auf jeden Fall mitnehmen. Der eine kann es sich heute abholen und der andere sollte zumindest mal eine 1 hier reinhauen, damit er morgen die 2 reinhauen kann. Also das von mir für euch an dieser Stelle als kleine Information und kleine Erinnerung vielleicht auch, falls man das gar nicht so richtig auf dem Schirm hatte, dass man 2 braucht diesmal für das Rückenaccessoire. Ich glaube, es war beim letzten Laternenfest anders. Da hast du es bekommen mit nur einmal erreichen. Also das als kleine Information. Ihr seht, ich bin schon dabei. Ich fliege hier nur. Ich habe noch nicht mal den Boden beruhigt. Jetzt gibt es schon nur noch 68, 67. Also so geht es relativ easy. Ich wünsche euch einen erfolgreichen Tag. Gebt Gas, haut ein Abo rein, Glocke, dies, das, ananas, alles was es gibt. Macht's gut bis dahin. Ciao, ciao.